Herzlich willkommen im AIT Smartest Labor. Dieses Labor ist eine weltweit einzigartige Forschungs- und Testinfrastruktur, um die Komponenten und Konzepte der zukünftigen Energiesysteme, der elektrischen Energiesysteme testen und validieren zu können. Hier arbeiten wir mit unseren Partnern aus Wissenschaft und der Industrie zusammen, um neue Wechselrichtertechnologien zum Beispiel zu entwickeln und diese auch zu testen. Dieses Labor ist Teil einer größeren europäischen Forschungsinitiative, wo wir mit 20 Partnern aus 13 verschiedenen europäischen Ländern zusammenarbeiten, um neue Test- und Validierungsverfahren für Smart Grid-Komponenten und Technologien zu entwickeln. Diese Konzepte werden auch in die einzelnen Labore von den einzelnen Partnern integriert und auch externen Forschungs- und Forschergruppen zur Verfügung gestellt. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Initiative ist die Ausbildung und das Training von einer neuen Generation von Forschern und Entwicklern, die im Bereich der elektrischen Energiesysteme tätig sind. Wie können Sie jetzt von diesen Möglichkeiten profitieren? Nun, das ist relativ einfach. Sie sind tätig im Bereich der elektrischen Energiesysteme bzw. der Smart Grids. Dann können Sie sich einfach bei uns bewerben. Wir eröffnen alle vier Monate einen Call für sogenannte User Projects, indem Sie freien Zugang zu unseren Möglichkeiten und Services bekommen. Gestalten Sie die Zukunft der elektrischen Energiesysteme mit uns, bewerben Sie sich und werden Sie Teil des IREGRIT-Netzwerkes.